Süße Degg. Was geschieht jetzt, Siobhan? Er läuft die Einfahrt entlang zur Tiefgarage. Ach, Scheiße. So werde ich Sie bestimmt nicht nennen. Ich bin übrigens Heather Waters. Sie können mich Heather nennen. Mein Auto ist weg. Scheiße. Mein Auto ist weg. Vielleicht ist es da unten. Glaub ich nicht. Wieso klappt mir jemand die Schlüssel, nur um das Auto dann direkt in die Garage zu fahren? Das stimmt. Das würde keinen Sinn ergeben. Mister... Ah, sehen Sie. Es ist doch gar nicht so schwer, höflich zu sein. Das ist doch gar nicht so schwer.